Servus und damit rechthausend nicht willkommen zurück zu Minecraft. So. Also, wir hatten ja jetzt, äh, was hat er irgendwie Dings gemacht? Die Frage der Fragen ist jetzt, äh, die wir weiter verfahren. Wir werden Cleanstone brauchen. Das ist wahrscheinlich, die wahrscheinlichste Wahrscheinlichkeit der wahrscheinlichen Wahrscheinlichkeiten. Äh, ich würde sagen, und nicht lügen, dass wir erst mal das hier, obwohl das brauchen wir ja noch. Wir haben auf jeden Fall viel Tropenholz. Hier war Fichte drin, die nehmen wir mit. Und, ein bisschen Tropenholz, gut. Später mal die Schaufel reparieren. Na klar. Diesmal so schön Elder Scrolls Oblivion Musik. Ach, so schön. Ich seh grad hier so ne Burgmauer. Sind zum Beispiel meine Festungsmauern, die den Burgmauern von Elder Scrolls noch empfunden. Ich hab mich da mal so angeguckt. Ich hab die vorher immer so, ne, so glatt gebaut. Und dann oben hier Zinn drauf. Am Anfang hab ich's so gebaut halt, ne. Hier so glatt, wie hier ungefähr. Glatt. Und dann hier so immer in abwechselnder Dings Zinn drauf. So hab ich das immer gemacht. Und irgendwann bin ich dann drüber, so hab ich dann bei Elder Scrolls die Mauern gesehen. Und dann hab ich gesagt, kannst du eigentlich auch dort machen, ne. Und dann hab ich die gemacht. Seitdem sehen meine Mauern so aus. Geht eigentlich, find ich. So, hier wollte ich mal, äh, ein bisschen upgrinden. So, dann haben wir hier noch ein bisschen upgrinden. Warte, die Mauer nicht nur dringend hier. Die brauchen wir erstmal hier drinnen. Das haben wir auch. Sorry. Das brauchen wir erstmal, ne. Das brauchen wir, das brauchen wir auch, ne. Irgendwas hast du besuchen. So. So. So, ein bisschen mehr, uh... Spinde, na klasse, genau so hab ich mir das gedacht. Ich bin schon bestätig. wie kann denn das sein dass wir endlich so beschissen so dann Ich bin ein paar immer hier, 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 hier. Wir nehmen, Poli. Hier, hier. Passiert doch wieder weiter so, oder? Pestig! ja wenn die römer muss viel machen Das hier ist falsch. So. Ach so, guck mal hier. So. Gut, hier können wir einen Geheimgang draus machen. So, hier hoch. Spank, spank, spank the shelf. Spank, 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 spank. So, da haben wir das erst mal. Ich glaube nie, dass unsere Dings ausreicht. So, da kommt es dann schon eher hin. So, da kommt es dann schon eher hin. So, das ist alles ganz schön. Das ist natürlich sinnlos, aber jetzt erzählen wir, was wir kämen. So, da wird das erstmal elischt. Und jetzt können wir, uh, das wird aber kritisch. Oh, das ist ein Geist. Oh, das ist ein Geist. Das ist ein Geist. So. Da wollen wir uns jetzt erstmal noch ein bisschen Zeug. Aber wir könnten auch gleich hier mal anfangen. Die Türmöbel zu vollenden hier. Die werden natürlich nicht immer leer bleiben. So, Schwein, Schwein. So, nämlich die Folge, hast du Schwein, Schwein. Hast du Schwein, Schwein. Müssen wir dann bloß gucken, wie wir das hier machen. So, clef, ouch. Die sind immer dunkler und dunkler. So, naja. Dann wollen wir die restlichen Steine hier drauf. Ich glaube, wir hatten achte gemacht. Zwei mal drei und dann Nummer zwei. Wobei bei den letzten zwei ist ja dann Dings gewesen. Bei den letzten, da war ja immer bloß hier wegen dem Kronenprofil bloß immer Alerts B entlocken. So, dann kriegen wir es sowieso nicht mehr hin. Oh ja doch. Dann haben wir noch will was. So, dann war es ja so und so. Dann hatten wir so, 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 so. So, 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 so. Vielleicht so, so, so und so und so auch. Vielleicht auch so und so. Anders auch so. Vielleicht dann und dann und dann und dann. Davon haben wir nicht mehr. Das war schlecht. So, dann müssen wir so runter an das Zeug holen. Bloß hier 16 Steine. Hupala. Da haben wir unseren ersten Turm. So, dann machen wir mal das so. Damit wir dann hier auch reinkommen. So, dann holen wir uns das mal. Da können wir nämlich ein paar Gitterstäbe reinpattern. Wunderhübsch. So wollen wir das. Dann holen wir uns jetzt noch ein paar von den Schwarz, von den Piepen Schieferziegeln. Wir wollten irgendwann mal die Monster anmachen, ne? Ja, irgendwann mal. Irgendwann. Die Festung nimmt Gestalt an, ne? Ist natürlich außen hui in fui und so. Aber es nimmt langsam Gestalt an. Jetzt noch schnell ein paar Tiefen Schieferziegel holen. Damit wir wenigstens den einen Turm noch fertig kriegen. Dass wir da hingehen, da ein bisschen was haben. Dann treppen wir mal mit. Ist schon mal gut. So. Ja, da werden wir noch genug haben. So. Ach, hier haben wir ja noch genug. Hier haben wir noch genug. Davon könnte man theoretisch auch noch was mitnehmen, ne? Okay. So, dann wieder weg. Weg weg hier. So. Ach, da drüben ist schon green geworden. Der Kupfer ist schon green. Ha. Der Kupfer ist schon green bei uns am... Links dort. Ist schon schön green geworden. Sieht schon viel schicker aus als mit dem grün, finde ich. Ist ein bisschen angelaufener Kupfer. Ich denke mal, das würde natürlich... Theoretisch könntest du so mit Sandstein machen, ne? Sandstein läuft ja auch so an. Oder zumindest die Verwitterung vom Sandstein. Könntest du hier auch machen, ne? Wenn du mal so Sandstein siehst, der wird ja dann schwarz. So schwarz... Schwarz-bräunig so, ne? Gibt's ja hier in Dresden. Mehr als genug. Ja. Das ist jetzt unsere letzte Tarte des Tages für heute. Dann sind wir durch für heute. Ne. Machen wir noch den Dings fertig. Den Endturm. Die Mauer. Die Mauer noch. Und dann... Könnten wir auch alles noch anleuchten eigentlich, ne? Ah, hier klappt's diesmal, ne? Das ist nicht so schön. Hm. Kein Theoretisch müsste ja dann so... Na gut, es geht aber. Sieht jetzt nicht alles zu beschissen aus oder sowas. Das ist ja dann... Oder den Formschalen Turm wieder hübsch machen, ja? Äh... Das ist ja dann. Das ist ja dann. So... Wieso haben wir Torfsteinziegel dabei? Kommt der her? Haben wir einen Torfsteinziegel mitgenommen? Hä? So... So... Dann machen wir mich hier ein ran. Hier ein ran. Hier ein ran. Hier ein ran. Da ein... Du ne. Aber du... Hier ein ran. Da 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 ein ran. Dort vielleicht... Und hier noch. Und dort noch. Und hier noch. Und hier noch. So... Ein Torfsteinziegel kann weg. Machen wir erstmal einen Boden rein. Da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann hier So, zack, zack, zack So, zack, 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 zack So. Er ist hier fast hin. So, jetzt kommen wir los an den Fackeln. So, und dann immer hier und dann hier, dann alle zwei. Rein theoretisch, müsste das so machen. Warte mal, wo machen wir's von hier aus? Das ist natürlich jetzt nicht ganz so richtig, wie es sein sollte. Aber mit der Macht geht jetzt nicht anders. Machen wir's so. Also hier, halbwegs symmetrisch, perpetrisch. So, dann restaurieren wir's in der nächsten Folge. Und dann, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Gehen wir hier hinten auf den Berg hoch. So, ja. So, ja. Zack. Ich sag tschau. Mit V. Tschau. Pü. Tö. Lü. Jörgönsäge. Tschau. Jörgönsäge. Jörgönsäge.